. Dominaria Remastered jetzt auf die Previews, beziehungsweise auf die Spoiler aus dem Set. Denn da gibt's natürlich einige, und das ist ja eigentlich der Fleisch, oder worum's eigentlich gehen sollte bei Dominaria Remastered. Gibt's denn Reprints, die dir sofort ins Auge fallen, als das hat sich richtig gelohnt, die mal zu reprinten? Vorsorge will. Ansonsten gibt's noch so was wie so kleine Sleeper, die halt immer so bei einem 10-Euro-Slot rumliegen. So was wie Sevenest Reclamation. Das ist eine Karte aus einem Commander-Set, die ewig keinen Reprint gesehen hat, noch nie, und jetzt einen Reprint bekommt. Und das ist halt eine Karte, die einfach nur eine Karte aus dem Friedhof wiederholt und mit Flashback zwei Karten wiederholt. Und die ist wirklich gut. Und viele Leute sehen die nicht. Und die ist halt auch so ein, ja, ist halt ein 10-Euro-Ding. Dass sie Karten reingetan haben wie Ursa, Lord, Hayat, Fisser, find ich halt auch großartig. Ein paar modernen Leute anfixen. Und ja, ansonsten hast du noch irgendwas, was dir direkt ins Auge gefallen ist. Ich hab nur so ein paar Sachen auf der Liste stehen. Also bei mir, Jagdmoth, wenn man Ursa quasi meint als Modern Horizons Reprint, dann ist Jagdmoth auf jeden Fall auch eine, ja, beliebte, ich glaub, fast schon die beliebteste Modern-Karte aus dem Set. Sonst natürlich als Pioneer-Spieler. Ich guck ein bisschen sehr, auf das sehr schöne Absorb-Artwork, das, ich glaube, neue Artwork. Ah ja, stimmt. Da auch die verschiedenen Versionen da, ich glaub, es ist auch keine teure Karte, so im 3-5-, maximal 10-Euro-Bereich. Aber ich hab da halt noch kein Playset von. Und da werd ich mich, glaub ich, ein bisschen bedienen. Sonst nennenswert ist auf jeden Fall der Tutor-Cycle. Wo wir, äh, Gamble, Enlightened Tutor, Vampiric Tutor, äh, helfen wir bei den anderen. Was war ein Mystical Tutor? Und, ähm, einer fehlt noch. Der ... Der Grüne, aber ich weiß gar nicht, der Grüne überhaupt drin hat. Ich glaube, von allem ist einer drin. Ich weiß nur grad nicht, wie der, ähm ... Oder ist das Seven Library? Nee, Seven Library ist ja im Moment Worldly Tutor. Worldly Tutor, genau. Das sind, glaub ich, die krassesten Reprints. Wobei sie sich natürlich nicht nehmen lassen konnten, den Vampiric Tutor in Mythic zu schieben. Also, einfach so, einfach super frech, diesen Cycle da mit einer Mythic-Karte zu, ähm, unterbrechen. Aber, ja, wie findest du denn gerade auch da diese Borderless-Version, die ja auch, glaub ich, mit teilweise älteren ... Also, ich seh hier zum Beispiel das Vampiric Tutor von Richard Cale Ferguson. Das neue Artwork, die sehen schon ziemlich, ziemlich geil aus, oder? Ja, wobei ich sagen muss, ich find da den Old Border Frame tatsächlich ein bisschen geiler. Ja, okay. Der Old Border Frame passt halt ganz gut. Aber die, die, dass sie jetzt wieder so ein bisschen mehr in die Full-Arts gehen, da ist ja auch zum Beispiel eine meiner Lieblings-Schwarzen Karten, die gereprintet wurde mit No Mercy, mit einem richtig schönen Artwork. Nicht so schön wie die Judge Reward. Dennoch super, super schön. Endtum mit diesem, mit dieser Hand, die aus dem Sumpf kommt. Ja. Großartig. Und, ähm, also sind gerade bei den Full-Arts, sind ein paar richtig schöne Sachen dabei. Und was mich natürlich persönlich sehr angesprochen hat, war das Hide-Hide. Äh, das ist ein Deck, was ich im Legacy immer noch spielen möchte. Ja. Ja, großartig. Und, ähm, da gab's, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen, wo ich sag, das ist schön, das ist cool. Also, die Full-Arts, muss ich aber sagen, gefallen mir nicht ganz so sehr wie die Old-Border-Sachen oder die normalen Reprints. Mhm. Weil die Full-Arts sind für mich zu weit weg von einer Magic-Karte, wie ich sie in so einem Set irgendwie erwarte. Wenn ich zum Beispiel die Sylvan Library anschaue. Ja. Das ist halt so ein Gewür, das seh ich halt, das sieht für mich nach Herr der Ringe aus. Ja, das stimmt. Das hätte neulich so eins, zwei, in dieser Serie vorkommen können. Ja. Ja, das ist schon sehr, sehr high-Fantasy. Also, gerade mit diesen Treppen auf den Bäumen noch und der Baum als Gebäude, da geb ich dir recht, das ist schon ziemlich, ziemlich komisch. Ähm, komisch in einer anderen Art und Weise finde ich den Nut-Collector, da das Super-Art ist, ziemlich, ziemlich witzig. Ich mein, auch das alte Artwork oder das reguläre Artwork, ich weiß gar nicht, ob das auch neu ist oder ob das hier reprintet worden ist. Es ist schon wahnsinnig und wahnsinnig witzig vor allen Dingen, aber halt dieses Super-Art ist halt noch mal auf eine andere Art und Weise einfach sehr passend einfach zu der Karte. Ja. Squirrels sind sowieso so ein bisschen so das Meme-Tribe in Magic. Und da freu ich mich, dass da so ein paar Sachen drin sind. Ein interessantes Reprint, weil wir einen ganz ehrlichen Reprint nicht vor allzu langer Zeit hatten, ist Last Chance, meiner Meinung nach. Mhm. Weil da hatten wir doch die, ähm, Portal-Three-Kingdoms-Version von Last Chance, dieses Warrior Oath. Das kann sein. Das wurde, glaub ich, in Double-Maß, das war 2022 reprintet. Und das war, glaub ich, so ein typisches Ding neben Empyrian-Seal, wo alle drauf gedacht haben, okay, krass, dass das jetzt reprintet worden ist, so eine High-Value-Karte. Und jetzt im Endeffekt ist die dann ganz schön gecrasht auch, auf so zehn Euro. Glaubst du, Last Chance, auch eine Karte, die lange nicht reprintet worden ist, auch dementsprechend sehr teuer ist, fällt da genauso rein? Oder hat die Karte noch mal irgendeinen Mehr-Value darüber hinaus? Nee, Last Chance ist auch die andere Karte, die ich noch erwähnen wollte, Crawl Space. Ist ebenfalls ein Stacks-Atefakt. Auch die sind einfach nur teuer, weil sie lange nicht gereprintet wurden. Ja. Das ist einfach der Punkt, das ist einfach Fakt. Davon gibt's ein paar Karten, die halt wirklich nur teuer sind, weil sie lange nicht gereprintet wurden und ein paar Leute sie spielen wollen. Wenn wir jetzt Sachen angucken, wie zum Beispiel Jogmov, warum ist Jogmov teuer? Weil halt viele Leute ihn spielen wollen. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied, der da in dem Ganzen besteht. Ja. Ja, definitiv. Ja, ich bin grad noch ein bisschen am Schauen, was natürlich noch interessant sein werde. Interessant wäre, oder was man auf jeden Fall nennenswerterweise sagen muss, ich glaube, die Old Border Jacklands, ich glaube, die werden tatsächlich ein bisschen beliebter sein als die ursprünglichen Versionen davon. Wobei natürlich der Land-Cycle, also er funktioniert wahrscheinlich im Limited einfach sehr gut. Aber halt, hättest du dir da einen anderen Land-Cycle vielleicht eher gewünscht, vielleicht die anderen noch nicht gereprinteten Fetch-Länder? Wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass wäre an der Stelle, oder? Ja, ich glaube, Fetch-Länder wären zu viel gewesen. Ich finde, wie gesagt, ich fände es ja okay, wenn sie wenigstens alle reingenommen hätten. Ja, ja. Es sind ja nicht mal alle, dann ist ja kein kompletter Cycle. Es sind fünf und dann noch fünf Lea-Lands. Und die Lea-Lands, ich hasse die Lea-Lands, das tut mir leid. Ich finde sie richtig mies. Auf der anderen Seite haben wir dann halt die Cycle-Lands, die sind ganz cool. Gemstone Mine ist ein All-Time-Favorite von mir. Ich liebe die Karte. Und was mich persönlich ein bisschen sehr enttäuscht, ist der Fakt, dass da zwar ein Dark Doof drin ist, also ein Dark Depths, und eine Maze of If. Mit einer Maze of If kann man vielleicht noch was anfangen, aber was soll denn da Dark Depths da drin? Was ist, vor allem ist es eine Mythic, Ray. Im Draft ziehe ich eine Mythic und es ist diese Karte. Ja. Also es ist genau wie Ursus Incubator. Aber trotzdem, Ursus Incubator ist wenigstens noch eine Karte, die ich mit Commander spielen kann. Dark Depths ist halt so ein mittlerweile, ich glaub, 10-Euro-Ding in Mythic, was ich nicht in meinem Draft spielen kann. Das ich nicht auslösen kann, sondern das ich per Hand runtermelden muss. Was ist das denn? Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, einfach durch die ikonische, durch den ikonischen Anti-Held hier, Merit Large, für Dominaria halt einfach so, ich glaube, irgendwas in diese Richtung mussten sie mit reinnehmen, aber ja. Gerade was die Länder angeht, ich hätte mir da schon auch ein bisschen was anderes noch gewünscht, aber zumindest, zumindest so weit wie ich das hier sehe, haben sie nicht hier zum dritten Mal in einem Jahr Lightning Bolt reprintet, sondern Chain Lightning, was tatsächlich auch nicht irrelevant ist. Die Karte ist so langsam etwas teurer geworden. Ich blick da nämlich auch gerade mit Pauper-Augen so ein bisschen drauf. Und da freue ich mich natürlich auch, dass das noch mal so ein bisschen reprintet worden sind. Und sonst, ey, wir haben halt super viele Sachen, was in diese Richtung geht. Mystic Remora ist eine Karte, die hatten wir jetzt, glaube ich, zuletzt als Secret Lairdrop zum ersten Mal reprintet bekommen. Das ist hier halt noch mal drin, denn so Sachen, die sie jetzt so zu Tode printen, wie Nature's Law, ist halt auf jeden Fall eine Sache, die immer gern gesehen wird, meiner Meinung nach. Du hattest schon den, nicht den Simeon Spirit Guide, sondern den Elf Spirit Guide, ne? Das ist doch ... Genau, der Elf Spirit Guide, der auch was wert ist. Genau, der ist auch was wert, da tut auch ein Reprint gut. Und ja, allem in allem gibt's dann doch, ja, sehr viele Rares, die mir halt natürlich nichts sagen, weil sie nirgendwo gespielt werden und dementsprechend sind's auch nicht so viel wert. Aber ich glaube, wenn man das Set spielt und hier und da so ein paar Singles kauft, ich glaub, dann hat man damit schon ganz gut Spaß, oder? Ja. Das auf jeden Fall. Und ich freu mich tatsächlich, dass das Set einfach existiert. Ich find's gut. Und jetzt müssen sie nur noch hinkriegen, dass es halt eben auch in ausreichender Quantität eben verfügbar ist, um alle dank Spiel zu werden. Wirdst du das, wirst du Dominarei Remastered über Timespiral Remastered sehen oder eher noch darunter? Schon darüber. Ich find Timespiral Remastered ist schon ein gutes Set gewesen, aber es war halt nur Timespiral. Und hier haben wir halt wirklich, wirklich Commander-Stuff. Und zwar wirklich viel Commander-Stuff. Ja. Ja, das stimmt. Und halt, was man noch sagen musste, also der eine Gedanke, den ich dahinter hatte, war halt wirklich so dieses, dass wir bei Timespiral Remastered haben wir zumindest noch diesen Old Border Sheet bekommen, der halt so ein bisschen wie Strixhaven noch mal ein paar Reprints halt eben in Old Border bringt, die nicht im eigentlichen Set drin sind. Das hat das Draft-Erlebnis ein bisschen spaßiger gemacht, aber da hatten wir halt genau das Problem mit der Quantität, da konnte man das einfach nicht draften, wenn man wollte. Und so ein Gimmick, sag ich jetzt mal, fehlt hier ein bisschen schon. Klar, Old Border, aber Old Border ist halt das Gimmick jetzt schon der letzten drei Sets gewesen. Deswegen wird es auch so langsam ein bisschen alt. Und ja, irgendwie hab ich das Gefühl, hätten sie so ein Gimmick mit reingebracht, hätten sie es in der Preview-Season ein bisschen weiter aufziehen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich find's, ja, Old Border macht hier Sinn, ja, aber nee. Ich hab, bringt bitte wieder Flipkarten, ich vermiss die schon. Ja. Ich weiß es nicht, also, ja, ein bisschen seltsam. Irgendwas Neues wäre mal wieder ganz nett. Aber ja, das soweit zu unseren bisherigen Lieblings-Reprints und Highlights. Natürlich war das jetzt natürlich sehr kurz, aber ähnlich wie die Preview-Season. Vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, wenn's rauskam und dann über unsere Draft-Erlebnisse reden, weil ich würde dem Set tatsächlich noch ein bisschen gerne mehr Zeit geben, sich zu entfalten. Und hoffentlich müssen wir nicht in der nächsten News sagen, dass kaum Produkte davon da sind. Das ist meine allergrößte Sorge, was das angeht. Aber wie seht ihr das? Welche Reprints sind eure Lieblings-Reprints aus dem Set? Werdet ihr es spielen wollen? Werdet ihr es kaufen wollen? Schreibt's uns sehr gerne in die Kommentare. Und ja, dann sind wir gespannt, von euch da zu hören, beziehungsweise zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020